In diesem Tutorial werden wir uns den anwendungsorientierten Bereich der Vektorgeometrie zuwenden. Es geht um das Modellieren geradliniger Bewegungen mit Hilfe von Zeit-Ort-Gleichungen. Oder kurz gesagt, diese lästigen Aufgaben mit Flugzeugen, Schiffe, U-Boote und so weiter. In erster Reihe muss euch klar sein, dass geradlinige Bewegungen durch Geraden beschrieben werden. Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt zur Erinnerung noch den Aufbau einer Geradengleichung, bezüglich Vektoren natürlich. Also eine Geradengleichung sieht wie folgt aus. Wir haben vorne G, das ist der Name der Gerade. Dann Vektor X, das ist der allgemeine Punkt auf der Geraden. Dann Vektor P ist natürlich der Stützvektor. Wir werden ihn hier bei den anwendungsorientierten Aufgaben eher als Stützpunkt benutzen. R ist natürlich der Richtungsvektor und dann T ist ein Zeit- oder Wegparameter. Was damit genau zu tun hat, werden wir gleich bei den anwendungsorientierten Aufgaben sehen. Darum geht es ja bei diesem Thema. Wenn man sich eine Geradengleichung gedanklich noch vorstellen möchte, dann habe ich eine kleine Empfehlung. Natürlich ist eine Gerade eine Linie. Und der Stützpunkt oder Stützvektor ist ein fester Punkt auf dieser Geraden. Meistens handelt es sich hier an dieser Stelle um Zeitpunkt T gleich 0. Und der Richtungsvektor gibt natürlich die Bewegungsrichtung an. Bei dieser ersten Beispielaufgabe möchte ich euch einfach nur den Umgang mit dieser Zeitortgleichung zeigen, sowie ein paar grundlegende Fragestellungen klären. Bei zweitem Beispiel werde ich dann entsprechend den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen. Ein Flugzeug bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit über den offenen Meer. In einem Koordinatsystem beschreibt dabei die X1-X2-Ebene die Meeresoberfläche. Die Beobachtung des Flugzeugs beginnt um 8 Uhr morgens. Seine Flugbahn wird beschrieben durch die Gleichung G. Wobei T in Minuten ab 8 Uhr und eine Längelangheit entspricht 1 Kilometer. Erste Fragestellung, wo befindet sich das Flugzeug um 8.05 Uhr? Mir ist ja klar, dass keiner von euch jetzt auf die Schnelle die Aufgabenstellung richtig verstanden hat. Deshalb bitte an dieser Stelle auf Pause drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung lesen und verstehen. Und dann legen wir gemeinsam los. Ich gehe jetzt davon aus, dass jeder mir der Aufgabenstellung vertraut ist. Deshalb gehe ich auf die wichtigsten Sachen ein. Und zwar bei der Geradengleichung, die uns vorgegeben ist. Sehr wichtig steht, dass hinten das T die Zeit in Minuten ist. Das ist die beste Nachricht, die man mal so eine Aufgabenstellung kriegen kann. Und zwar, wenn das der Fall ist. Wenn der Parameter bereits ein Zeitparameter ist, dann handelt es sich automatisch um die fertige Zeitortgleichung. Indirekt bedeutet das, die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Flugzeug bewegt, wurde bereits berücksichtigt in diesem Richtungsfektor. Und wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen über irgendwelche seltsame Sachen. Wir können gleich mit der Richtung loslegen. Bezogen auf die erste Aufgabenstellung bedeutet das, wir würden dann einfach für T 5 einsetzen und das Ganze zusammenfassen. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus. Also wir haben hier Vektor x, ist gleich vorne unser Stützvektor 5, 6 und 3 plus 5 mal der Richtungsvektor und das sind minus 4, 8 und 0,5. Dann fassen wir das Ganze zusammen, zeilenweise natürlich. 5 mal minus 4 sind minus 20, 5 minus 20 sind minus 15. Dann 5 mal 8 sind 40, plus 6 sind 46. Und 5 mal 0,5 sind 2,5 plus 3 sind natürlich 5,5. So, damit können wir sagen, die Position des Flugzeugs um 8.05, ich nenne sie jetzt einfach mal P, lautet minus 15, 46 und 5,5. Die zweite Fragestellung lautet, bestimme die Geschwindigkeit des Flugzeugs und zwar in Kilometer pro Stunde. Ich habe ja am Anfang gesagt, weil das die Zeitortgleichung ist, also weil T ein Zeitparameter ist, bedeutet das indirekt, dass die Geschwindigkeit, mit dem sich dieses Flugzeug bewegt, bereits in dem Richtungsvektor mit hineinbezogen wird oder wurde. Das bedeutet, wenn wir diese Geschwindigkeit wieder rausziehen wollen, dann müssen wir nur die Länge des Richtungsvektors bestimmen. Es ist wirklich so einfach. Also, der Richtungsvektor, das ist natürlich dieser hintere hier, der hier. Und wir wollen seine Länge bestimmen. Ich sage jetzt einfach mal Betrag von V, weil das ist ja eigentlich die Geschwindigkeit. Und das ist dann Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Natürlich können wir die Minusvorzeichen ignorieren, die Verschwindung wegen der Hochzeige sowieso. Und haben dann entsprechend Wurzel aus das hier. Wenn ich das Ganze in den Taschenrechner eintippe, dann bekomme ich 8,96. Aber jetzt müssen wir aufpassen mit der Einheit. Also, die Längeneinheiten sind natürlich in Kilometer. Aber die Zeiteinheit ist natürlich Minuten. Und anhand der Aufgabenstellung wollen wir natürlich Kilometer pro Stunde haben. Aus diesem Grund müssen wir das nochmal umformen. Und zwar macht man das Ganze so. Oben bei der Einheit stehen natürlich Kilometer. Das ist ja für uns total in Ordnung. Das lassen wir auch in Ruhe. Unten allerdings haben wir Minuten. Und besser gesagt, wir haben da eine Minute stehen. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und eine Minute ist nichts anderes als ein Sechzigstel von einer Stunde. Ich kürze jetzt Stunde mit H ab. Wie in Physik. Wenn wir das Ganze auflösen, dann haben wir einfach mal 8,96 mal 60. Und dann die passende Einheit Kilometer pro Stunde. Entsprechend sind dann 8,96 mal 60, wenn man es in den Taschenrechner eintippt. 537,5 Kilometer pro Stunde. Übrigens, wenn ihr euch fragt, woher das Ganze, wieso die Geschwindigkeit im Richtungsvektor steckt, werden wir bei der zweiten Beispielaufgabe sehen. Bei der letzten Teilaufgabe wieder so eine typische Fragestellung für solche Art von Aufgaben. Und zwar, zu welchem Zeitpunkt t erreicht das Flugzeug eine Höhe von 10 Kilometer? Erstmal zu der Höhe. Wir müssen uns die Frage stellen, durch welche Koordinate im Koordinatsystem die Höhe festgelegt wird. Selbstverständlich, wenn, so wie hier oben angedeutet, die x1, x2 Ebene die Meeressoberfläche ist, oder sozusagen der Boden, das bedeutet, dass unsere Höhe eigentlich die x3-Koordinate sein sollte. Also, diese Aufgabenstellung sagt uns nichts anderes, als dass die x3-Koordinate 10 ist. So, was bedeutet das für uns? Wir können ja praktisch von unserer Geradengleichung die x3-Koordinate rausschneiden, sozusagen. Also, das ist ja die letzte Zeile hier. Die schreibe ich nochmal kurz hin. x3 ist gleich 3 plus t mal 0,5, beziehungsweise 0,5t. Und wenn wir jetzt wissen, dass die x3-Koordinate 10 ist, dann können wir das hier problemlos einsetzen. 10 sind gleich 3 plus 0,5t. Dann formen wir nach t um, also einmal minus 3, schreibe ich hier weiter, habe ich 7, ist gleich 0,5t. Und dann geteilt durch 0,5. Somit kriegen wir für t 14. Das bedeutet, nach 14 Minuten ist das der Fall. Also, nach 14 Minuten erreicht dieses Flugzeug eine Höhe von 10 km. Aufgabe 2 Zwei Flugzeuge, F1 und F2, bewegen sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit. F1 hat bei der T0, also zu Zeitpunkt T gleich 0, die Position A und nach einer Minute die Position B. Für t gleich 0 befindet sich F2 in Punkt C und fliegt mit der Geschwindigkeit 12 km pro Minute in Richtung R. T ist Zeit in Minuten und alle anderen Koordinaten sind im Kilometer angegeben. Erste Fragestellung, bestimmen Sie die Zeitortgleichung für F1 und F2. Natürlich bitte an dieser Stelle wieder auf Pause drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Wie ihr wahrscheinlich bereits erkannt habt, anhand der Aufgabenstellung verkompliziert sich hier ein bisschen die Sache. Und zwar, die Geradengleichungen für die Bewegungen sind jetzt nicht gegeben, sondern wir müssen sie selbst aufstellen. Okay, fangen wir mal mit F1 an. Das ist natürlich die leichtere Variante. Ich schreibe mal hier für F1 Doppelpunkt gilt. Wir haben zwei Punkte, A und B. Damit können wir auf jeden Fall eine Geradengleichung für die Flugbahn aufstellen. Wobei wir natürlich A als Stützvektor wählen. Also das ist mein Ortsvektor für A, minus 4, 4 und 0. Und hier an dieser Stelle gibt es eine sehr gute Nachricht. Von A nach B brauchen wir genau eine Minute. Steht hier eine Aufgabenstellung. Weil eine Zeitangabe zwischen dieser zwei Punkte gegeben ist, bedeutet das, dass die Geschwindigkeit wieder in dieser Bewegung schon mit berücksichtigt wurde. Das bedeutet, der Parameter, den wir hier haben, ist auf jeden Fall ein Zeitparameter und zwar in Minuten. Also T ist die Zeit in Minuten und dann brauchen wir noch ein passender Richtungsvektor. Den kriegen wir, indem wir einfach B minus A rechnen. Also Richtungsvektor AB bedeutet B minus A. 6 minus minus 4 sind natürlich 10. Dann 16 minus 4 sind 12. Und 11 minus 0 sind 11. Und das war es eigentlich für den ersten Flugzeug. Weil hier eine Zeitangabe gab, ist das schon die Zeitortgleichung. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Wenn eine Aufgabenstellung statt eine Minute zwei Minuten stehen würde zwischen A und B, dann müssen wir T in dieser Gleichung noch durch zwei teilen, damit wir gewährleisten, dass T die Zeit in Minutenschritte ist. Das ist Voraussetzung für eine Zeitortgleichung. Bei unserem zweiten Flugzeug stattdessen wird die Sache nicht so leicht ablaufen. Also, was haben wir denn für den zweiten Flugzeug? Wir haben einmal einen Startpunkt C. Das können wir natürlich wieder als Stützvektor benutzen. Also ich habe hier F2 Doppelpunkt. Ich nehme C als Stützvektor. Dann habe ich hier vorne stehen 7, 12 und wieder 7. Und dann gibt es noch die Geschwindigkeit für diesen Flugzeug und die Richtung. Also Richtungsvektor brauchen wir hier nicht zu berechnen. Der ist ja schon vorgegeben. Allerdings ist nichts über die Zeit gesagt. Das bedeutet, dieser Parameter wird am Anfang kein Zeitparameter sein. Deshalb bezeichne ich ihn jetzt zwecksalber mit S. Und nur die Richtung ist bekannt. Und zwar 1, minus 2 und 2. Also, ihr könnt ja schon erkennen, in dieser Flugbahn wurde die Geschwindigkeit des Flugzeugs noch nicht mit berücksichtigt. Was machen wir an dieser Stelle? Naja, es muss euch bewusst sein, wenn dieser Parameter hier hinten kein Zeitparameter ist, dann ist er auf jeden Fall ein Weg, ein sogenannter Wegparameter. Also, das hier ist der Weg. Und wir erinnern uns jetzt an eine grundlegende Formel aus dem Physikunterricht. Und zwar, rechts eingeblendet, S, der Weg, ist nichts anderes als Zeit mal Geschwindigkeit. Oder Geschwindigkeit mal Zeit, die Reihenfolge ist egal. Und das können wir hier nutzen. Also, an dieser Stelle ersetze ich das S mit oder durch T mal V. Dadurch kriege ich eine völlig neue Gleichung raus, indem ich Zeit und Geschwindigkeit habe, was wir eigentlich haben wollten. Also, hier unten werde ich dann nochmal diese Gleichung hinschreiben. Die Laute dann vorne ändert sich ja gar nicht. 7, 12 und 7 plus T mal, die Geschwindigkeit kennen wir, sind diese 12 km pro Minute, also mal 12. Ich lasse dann mit Absicht ein bisschen Platz hier dazwischen. Und dann kommt wieder unser Richtungsvektor von oben, der lautet 1, minus 2 und 2. Also, das Ganze sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben jetzt die Strecke mit Zeit mal Geschwindigkeit ersetzt und somit kriegen wir die Geschwindigkeit hier rein in unsere Geradengleichung. Allerdings haben wir hier noch ein kleines Problem. Und zwar, der Richtungsvektor durch seine Länge verfälscht er diese Formel, die wir hier anwenden. Also, wir bräuchten an dieser Stelle ein Richtungsvektor, was die Länge 1 besitzt. Die Richtung soll natürlich erhalten bleiben. Nur die Länge soll gekürzt werden auf 1. Da müssen wir uns an den Einheitsvektor erinnern. Rechts die Formel abgebildet. Der Einheitsvektor ist ein Vektor, der immer die Länge 1 hat. Also, prinzipiell kann man jeden Richtungsvektor in einen Richtung-Einheitsvektor umformen, indem man einfach 1 durch seine Länge vor ihn schreibt oder mit ihm verrechnet. Und das werden wir auch hier machen. Also, für unser Richtungsvektor bräuchten wir noch die Länge. Deshalb schreibe ich an dieser Stelle hier, Betrag von R ist dann Wurzel aus 1 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, habe ich dann unter der Wurzel 9. Und Wurzel aus 9 sind natürlich 3. Und aus diesem Grund schreibe ich hier da vorne nochmal ein Drittel. Also, damit wir die Übersicht nicht verlieren. t mal 12 war nichts anderes als dieser Parameter, dieser Wegparameter s. Und ein Drittel mal der Richtungsvektor ist nichts anderes als der Einheitsvektor mit der Länge einer Längeneinheit. Das müsst ihr an dieser Stelle immer machen, damit ihr eine Ort-Zeit-Gleichung rausbekommt. Und natürlich können wir jetzt das Ganze noch zusammenfassen, damit es wie eine normale Geradengleichung aussieht. Das werde ich dann hier hinten dran hängen. Also, die fertige Gleichung oder Ort-Zeit-Ort-Gleichung für F2 lautet an. Stützvektor bleibt erhalten. 7, 12, 7. Dann haben wir plus t mal. Und jetzt fassen wir hier das Ganze ein bisschen zusammen. 12 mal ein Drittel sind 4. Also die 3 kürze ich mit der 12. Da bleibt nur 4. Und die 4 tue ich jetzt mit jeder Koordinate des Richtungsvektors multiplizieren. Dann habe ich hier hinten stehen 4, minus 8 und 8 unten. Und das ist die Zeit-Ort-Gleichung für das zweite Flugzeug. Das, was ihr jetzt hier beim zweiten Flugzeug gesehen habt, ist das Schlimmste, was passieren kann. Also, wenn die Geschwindigkeit außerhalb der Geradengleichung gegeben ist, muss man sie immer auf diese Weise in die Geradengleichung reinbringen. Und da kommen wir schon zu unserer letzten Teilaufgabe. Zusätzlich sollten wir noch überprüfen, ob die zwei Flugzeuge kollidieren. In erster Reihe, was heißt in diesem Zusammenhang kollidieren? Zwei Flugzeuge kollidieren nur dann, wenn sich erstmal die Flugbahnen schneiden, also nicht wie ein Schiff sind. Und zweitens, auch wenn sie sich schneiden, müssen die Flugzeuge nicht unbedingt kollidieren. Dann müssten sie diesen Schnittpunkt zum gleichen Zeitpunkt passieren. Nur dann gäbe es eine Kollision. Und das müssen wir jetzt untersuchen. Naja, natürlich werden wir jetzt untersuchen erstmal, ob zwischen dieser zwei Flugbahn überhaupt einen Schnittpunkt gibt. Und dafür müssen wir die zwei Geradengleichung gleichsetzen. Dabei müssen wir nur eine Kleinigkeit achten. Auch wenn t bei beiden der Zeitparameter ist, wenn man sie gleichsetzt, um nach einem Schnittpunkt zu untersuchen, muss man eine dieser Parameter umbenennen. Deshalb werde ich jetzt bei den ersten Geraden alles gleich lassen. Also minus 4, 4 und 0 plus t mal und dann haben wir hier 10, 12 und 11 wird gleichgesetzt mit 7, 12 und 7 plus und jetzt nehme ich ein anderer Parameter, r. Also es ist immer noch die Zeit der Minuten, nur ich nenne ihn andersrum und 4, minus 8 und 8. So, das Ganze können wir dann zerlegen in einem sogenannten linearen Gleichsystem. Also wir haben dann minus 4 plus 10t, sind gleich 7 plus 4r. Dann die zweite Zeile, 4 plus 12t, sind gleich 12 minus 8r. Und die letzte Zeile, 0 plus 11t, also kurz gesagt 11t, ist gleich 7 plus 8r. Okay, ihr könnt an dieser Stelle alles sauber schreiben. Das würde die Parameter auf eine Seite bringen, die Zahlen auf die andere Seite. Allerdings ist es so ein leichter lineare Gleichsystem, dass es sich nicht lohnt, das zu machen. Eigentlich lohnt es sich zeitlich nie, so etwas zu machen. Sondern ihr müsst gucken, welche zwei Zeilen wirklich geschickt zu verrechnen sind miteinander, so dass einer dieser Parameter rausfliegt. Und bei näheres Hinschauen sollte euch auffallen, hier in der zweiten und dritten Zeile steht einmal minus 8r und plus 8r. Das würde, wenn ich die zwei Zeilen miteinander addiere, dann fliegt er schon mal raus. Und damit sind wir schon so gut wie am Ziel. Also, als erstes addiere ich diese letzten zwei Zeilen. Hier 4 plus 0 sind natürlich 4. Dann 12t plus 11t sind entsprechend 23t. Und auf der rechten Seite habe ich 12 plus 7 sind 19. Und r fliegt raus. Ich forme jetzt nach t um. Also, ich mache hier einfach mal minus 4. Dann habe ich 23t. 23t sind dann entsprechend 19 minus 4 sind 15. Und dann geteilt durch 23. Somit kriege ich für t raus. T gleich mit dem Taschenrechner ausgerechnet 0,65. Also, wir haben hier 0,65. Und diesen t-Wert können wir jetzt nutzen, in die zweite Zeile hier einsetzen und nach R entsprechend umformen. Also, das mache ich jetzt auch. Ich habe dann 4 plus 12 mal 0,65 sind gleich 12 minus 8R. Dann tippen wir die linke Seite im Taschenrechner. Da kommt ungefähr 11,8. Das sind dann 12 minus 8R. Dann natürlich minus 12. Das sind entsprechend minus 0,2. Das sind minus 8R. Und geteilt durch minus 8. Somit kriegen wir für r raus an dieser Stelle eine sehr kleine Zahl 0,025. Okay, also, wir haben jetzt zwei Werte für t und r. Und jetzt könnten wir damit überprüfen, ob sich die Flugbahn überhaupt schneiden. Wir werden jetzt diese Werte in der ersten Zeile einsetzen, die wir noch nicht benutzt haben. Und dann schauen, ob da eine wahre und eine falsche Aussage rauskommt. Also, wenn ich in die erste Zeile einsetze, dann habe ich minus 4 plus 10 mal 0,65. Soll das gleiche sein wie 7 plus 4 mal 0,025. Wenn ich links und rechts mit dem Taschenrechner zusammenfasse, dann kriege ich auf der linken Seite 2,5. Und auf der rechten Seite kriege ich ungefähr 7,1 raus. Ja, da diese Werte natürlich verschieden sind, bedeutet automatisch, dass die Flugbahnen windschief sind. Also, von Kollision kann nicht die Rede sein. Nur kurz erwähnt an dieser Stelle, auch wenn sich die Flugbahnen schneiden würden. Müsste trotzdem nicht heißen, dass die Flugzeuge kollidieren. Dann müssten sie zusätzlich noch den gleichen Zeitparameter haben, damit wirklich zu einer Kollision kommt. Also, das passiert sehr selten natürlich. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Diese anwendungsorientierten Aufgaben sind wichtige Klausur- und Abiturthemen. Ihr habt schon gemerkt, anhand der Aufgaben, die wir bearbeitet haben, ihr braucht auf jeden Fall Kenntnisse über die geraden Gleichungen in der Vektor-Giometrie, sowie die gegenseitige Lage von Geraden. Und manchmal, bei verschiedenen Teilaufgaben, braucht man auch Kenntnisse über Längen von Vektoren oder Abstandsprobleme. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr auch gleich im Abspann. Vielen Dank.